Willkommen mein Name ist Lutz Weinhardt und ich zeige Ihnen heute die Vorteile wie die Nachteile einer neuen Willi Schillig Garnitur und zwar der Garnitur 211 50 ein neuer Baukasten mit Lederbezug in Z59, Entschuldigung 95 Grafit. Zuerst mal ist zu sagen die Gruppe macht einen straffen Eindruck, einen positiven Eindruck. Sie hat im Gegensatz zu anderen Baukästen hier eine komplette Auflage für das Kopfteil. Das hat Vor- und Nachteile. Der Vorteil, es liegt komplett auf, es kann nichts brechen, es macht einen soliden Eindruck. Der Nachteil, ich muss hier ein bisschen vor, sonst geht es nicht. Der Nachteil ist, Sie haben mehr Tiefe vom Sofa, das sehen Sie hier, es braucht etwas mehr Platz. Sie sitzen hier mit dem ausgeprägten Lendenbereich sehr gut, ein Federkernsitz, eine Rückenverstellung hier, die Ihnen Schulterkomfort, also nicht Kopf anlehnen, aber Schulteranlehnen bringt und Sie haben fünf Verstellungen drin. Das ist okay. Die Garnitur wird auch nicht so massig, weil sie hohe Füße hat, auch okay. Gut finde ich das Lendenwirbelbereich. Faltenbildung wird es geben, das sehen Sie hier, weil das einfach lederbedingt ist und Sie müssten es noch straffer polstern, dann sitzen Sie aber wie auf einer Gartenbank. Also Faltenbildung müssen Sie akzeptieren. Die Gruppe ist relativ groß, ja, breites Armteil. Hier haben wir ein Maß von 2,85 m auf der langen Seite und 2,25 m auf der kurzen, aber Sie haben als Familie wunderbar Platz. Sie können hier auch schön überall liegen, also eine bequeme Garnitur, hinten vollgezogen mit Leder, auch gut. Nachteil, hoher Preis bei Schillig wird die Gruppe kosten, denke ich, um die 4.000 Euro. Vorteil bei uns, profi-snap.de Advertising, bekommen Sie jetzt dieses Hausmessestück für knapp mehr als die Hälfte. Profi-snap.de online zu finden, oben rechts geben Sie die Nummer 1,211,50 m, Preisvariante, reicht 211,50 m, dann kommen Sie zu diesem Stück oder Sie kommen direkt zu mir nach Empfingen, 50 km südlich Stuttgart, Freitagnachmittag, Samstag geöffnet oder nach Terminvereinbarung. Sie können dieses Stück dann ausprobieren oder Sie machen einfach Klick, Sie haben bei uns immer 30 Tage Rückgaberecht, Schnäppchen-Garantie, kommen Sie zu uns. Dankeschön, Ihr Lutz Reinhardt, profi-snap.de